Obo 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 Some Where Over The Rainbow We Are Jemand hat Molotov hier reingeworfen? Oder Granatela? Oder Granat? ja ist ja auch oben auf dem roten haus auf welchem da auf dem roten backschein aus die alte genau dem da der sollte ulo sein ich hab den nicht getroffen weil ich geleckt habe alter dass ich nochmal lege in so einem spielmann dass das ist was neues ich hab dein leben gerettet wenn ich ein super nein der ist direkt umgefallen der ist ja direkt umgefallen das heißt deswegen ist ein anderer ich habe ein auto ja vor 2 noch ein auto einer Oh, ich bin down, so muss ich aufheben. Easy win! gonna get through your head what the mystery man said because i'm gonna and you say i told you so all right come on to believe i told you so now it's all i want you Ich bin so ein bisschen wach und nicht. Was ist dran? Ich war da im Haus. Ich muss lachen. Ich bin so ein bisschen wach und nicht. Ich bin so ein bisschen wach. Ich bin so ein bisschen wach und ich bin so ein bisschen wach. Geh weg von der Tür. Geh weg von der Tür. Ah! Ach so, Dennis! Red Dot 1-10! Oh, Mann! 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 Alles gut, alles gut! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Ich sag gar nichts mehr! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Zwei noch rauszu. Zweite Daumen. Ich auch nicht, was das Ding... Jetzt sehe ich anlaufen. Ausgenockt? Okay. Sein Kollege ist nur noch das Problem. So. Oh, rechts läuft sein Kollege? Rechts? Ich kann ihn nur in der... Grassspitze sehen. Er hat einen Hitt. Der ist direkt drüben. Medus, wartet einfach. Medus! Ja, wartet einfach. Let's go. Easy win, boys. Hast du die beide bekommen? Ja, beide bekommen. Nein! Blöd! Hier ist einer drin! Oh Gott, Granate! Der hat eine Schuss, Granate! Ist er jetzt tot? Nein! Natürlich nicht! Natürlich nicht! Komm her! Ja! Du bist dumm! Wir sind... Ja! Es ist down! Oh! Du bist so krass gestört! Guck dir meine Augen an! Ich hätte eine Gasmaske an, Alter! Was denkst du denn, Mann? Ja, weil du neben mir immer läufst! Du bist so krass! Du bist so krass! Du bist so krass! Dennis ist so der Typ, der so den ganzen Tag auf seinem PC sitzt und sich seine Nippel reibt, Alter! Klamotten brauchen wir nicht! Oh mein Gott, der hat eine Maske! Ich bin das doch! Alles gut, hä? Ich bin das doch! Alles gut, hä? Ich bin das doch! Ich bin das doch! Ja, und da werden es wohl viele... Lass jetzt hier rauskommen! Wie heißt das? Ich... ich bring jetzt... Ich bin das doch! I hate Dennis! I hate Dennis! Natürlich! Das ist gut! Das dauert erst zwei Minuten, bis sie da hingeht! Die ist doch gut! Ja, aber erst in zwei Minuten geht die weiter! Ich bring dich wieder hin! Ich bring dich wieder hin! Ich bring dich wieder hin! Komplimenthema sogar von fremden Leuten! Und dann... Ich hab heute... Ich hab heute ein Kompliment wieder bekommen, wie gut ich rieche! Also denk ich mal, wenn ich gut rieche, schmeck ich bestimmt auch gut! Und ich hab mega weiche Haut und so! Schmeckt richtig bestimmt gut so! Oh! Da ist ein Drop! Was für ein Drop? Richtung 345! 345? Dort war wohl 345... Das ist das Heiming zum Sterben zu! 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 Ja, treffen wir auch schon Dennis? Hey, 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 hey Easy win! Easy win! Easy win! So hoch wird es! So hoch wird es! Da kommt ein Auto auf dich! Da kommt ein Auto auf dich zu! Ich will weg, wenn nicht du wär! Es verfolgt dich! Hör auf! Das bin ich zu dolly! Wie? Wie? Was für ne? Das bin ich! Wie oft du noch? Digga, du bist doch, du bist komplett behindert, oder? Auf was für ne? Auf was für ne? Er ist doch tot! Oh! 2 Hours later Dennis? Dennis? Welp, wenn life gives you lemons! Das ist doch... Dann geht's! Wie oft! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020